Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video! Es ist natürlich auch nur auf Englisch, aber hey! Bis zum nächsten Mal! machen wir mal ein bisschen leise also muss er so stehen drücken wie asd ok das keine ahnung wenn wir sehen glaube ich hoffe ich im plan ok ja sprache können wir nicht ändern ich hasse solche geräusche so bitte okay wotter fack moment was war das die ich komme hier rein und dann wird er direkt angeschrien ich habe eine säge ich werde die benutzen du wo noch nicht ok blueprint ok zwei von der selben farbe ich habe 1 grad gefunden 1 ok Es ist rottig. Wieso sollte ich das Licht ausmachen? Ich bin doch nicht deppert. Oh Gott. Interessant. Ich will da nicht raus. Da kamen gerade ganz böse Geräusche. Kann ich mich hier verstecken? Nein, einfach nicht. Kann ich hierbleiben, please? Die Tür ist einfach zugegangen. Das Spiel sagt, ich soll hierbleiben. Also, bleiben wir hier? Okay. Was ist das denn für ein Geräusch? Das ist uncool. Wieso ist das so ein Herzklopfen? What the fuck? What the fuck? Das ist nicht cool. Moment, ich bin doch gerade hier durchgekommen. Okay. 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 Interessant. Interessant. Und jetzt. Okay. Okay, Waffel. Like jemand anderem aus. Das hört sich nicht toll an. Ich habe ein Buch, ich werde dich erschlagen. Alter, nee du! What the fuck? Das ist unheimlich. Auf mit der Kacke! Ich will euch gar nicht sehen. Okay. Creepy. Ich darf nicht lange stehen bleiben, ich suche dringend noch mehr Linsen. Okay. Ich weiß nicht, was das Ziel von diesem Spiel ist. Ob ich die Bühne fertig machen soll oder was auch immer. Auf jeden Fall sehr, sehr creepy. Dass die ganze Zeit hier irgendjemand kichert. Halt die Waffel! So, finden wir hier so irgendwas noch? Ach, wunderschön! So was sieht man gern. Ach, du weißt, ich kann nicht hören. Ach, ich muss euch finden. Okay. Also hier ist alles zu. Das ist noch mehr Türen. Äh, okay. Da war das Loch. Da waren wir vorhin. Aua! Lauf mit der Kacke! Wie machst du denn da? Mach mich hier durch! Oh mein Gott! Ein Abo! Oh Gott! Kenny! Was machst du da? Sollst du das machen? Nein, sollst du nicht. Äh, äh? Ja, 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 was wollt ihr von mir? Nja! Lass mich hier in Ruhe! Ich hoffe, dir geht's heute etwas gut. Ist denn hier irgendwas, was ich übersehen hatte? Schön, dass dein Klavier ist. Freigeschaltet. Okay. Okay. Ach, weil ich das Klavier gemacht habe. Okay. Höh! Hört auf damit! Das ist nicht funny! Ich bin schreckhaft. Guck mal, guck mal, im Bild. Dankeschön. Wie witzig. Ich mag schon nicht mehr. Moment. Ist die Tür hier offen, ne? Okay. So, mach die Tür wieder zu. Dankeschön. Okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen safe hier. Okay. 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 Höh! Ja. 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 Ich hoffe, es wird wirklich besser. Ich hoffe, es wird wirklich besser. Ja. 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 Ich habe nur zwei blaue Dinger gefunden bis jetzt. Wie könnte ich denn andere Teile finden? Ähm. Ob ich die Lampe vorhin ausgemacht bin? Ja. Hm. Nicht schön. Ja. Ja. Ehm. ach die tür ist gar nicht da laufen in dem herz klopfen finde ich nicht schön moment ich wollte mich da hinten verstecken aber es geht nicht okay ich muss hier so durch ich weiß gar nicht was ich hier machen muss gut das ist wirklich ein tiefes loch anscheinend ich finde hier einfach nichts stelle ich mich zu blöd an muss ich hier alle bücher raushauen hält die waffel ich habe es nicht so gut ich habe es nicht so gut ich habe es nicht so gut ich weiß nicht was ihr von mir wollt da hin okay ich lauf dir mal hinterher gab es diesen raum vorhin schon okay den raum gab es bestimmt vorhin schon nur ich habe ihn nicht gesehen ich habe mich raus geschmissen wieso ich habe mich hier über das ding geschickt ich darf ihn scheinbar nicht sehen ich will nicht aus ich will nicht aus du scherben du scherben du scherben du scherben Hilfe, das sah eklig aus. Okay, wir rennen schnell zurück. Ja, schnell. Ich kann nicht schneller. Ich wünsche dir eine wunderschöne Gute Nacht, Henni. Schlaf schön. Jemanden drunter? Ich muss mal alles hier ausmachen. Nehm ich jetzt weiter? Nö. Okay. Okay. Okay, hier können wir auch nicht weiter. Hier kommen wir so rüber. Und hier ist natürlich. Ja, gut. Okay. Nomme ich nicht an. Soll ich finden, aber... Da waren wir schon mal. Aber nur mit der blauen Brille. Da auf mich anzuknoren. Ist nicht cool. Ist echt nicht cool. Ja, was ist denn hier? Außer die Bilder. denen ich nichts anfangen kann. Da hör auf damit. Das ist die Maschine. Ich bin schon immer so groß hier. Ich erinnere mich nicht dran. So, wo ging es hier nochmal raus? Hier hinten, ne? Halt die Waffe! Oh, keine Ahnung, was das in dieses Spiels ist. Ich muss herausfinden, wo ich bin und was das für Viecher sind. Und meine Brille ist jetzt kaputt. Es geht nur um die drei. Ich werde gejagt, ich werde gejagt, ich werde gejagt. Hilfe. Why? Was habe ich dir getan? Er hat einem Bild gefehlt. Okay, ein Teil hat mir gefehlt. Ich mache nichts. Das ist das Spiel. Oh, gott das one. Okay. Hey, das war's. Okay. Okay. Das war's. Da fällt mir nur ein Okay. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schräger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um mich zu verpassen. Ansonsten, bye, euer Delike.